Willkommen zum Untergang meiner größten Armee. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Folge 45? Ja, das letzte Mal habe ich ja unvorsichtigerweise meine Armee aus der Stadt rausgezogen. Das war eigentlich nicht so unvorsichtig, abgedeht, dass halt mal mit dem Spion nachgucken sollen, aber ansonsten war es eigentlich keine blöde Idee. Ja, war es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wahrscheinlich ist das jetzt nämlich auch wieder der General, der da ist, ist wahrscheinlich super wichtig für mein Reich und so. Könne ich mir vorstellen. Ich überlege, ob ich das jetzt, was ich jetzt mache, weil selbst wenn ich das jetzt spiele, 1280 gegen das Doppelte. Hast du keine Chance? Nicht wirklich, ne? Oh Mann, aber ich verliere da jetzt wahrscheinlich einen voll wichtigen Typ. Ich habe ja nicht so viele Leute. Was mache ich denn ausgewogen? Ich habe ganz viele Reiter. Die haben keine Fernkämpfer. Ich habe aber auch keine Fernkämpfer. Na doch, ich habe berittene Speerwerfer. Das ist ja ein Fernkampf. Ja gut, ich verliere ja sowieso. Also es ist auch egal, was ich nehme. Och Mann, ich habe gerade überlegt, ich baue jetzt vielleicht mal noch eine neue Armee auf und so. Ja, Pustekuchen. Und ich baue eine neue Armee auf. Naja, doch, Pustekuchen. Ja, aber das Vierte, damit ich hier endlich mal ein bisschen vorankomme. Aber es ist ja scheiße, wenn ich immer, wenn ich denke, ich baue mal eine neue Armee auf, meine alte verliere. Ist ja klar, dass man da nicht vorankommt. Ja. Ist doch scheiße. Ach, diese blöden Oströmer, ey, die haben da unten nichts mehr. Die sind alle fucking nochmal tot. Die haben keine Städte mehr, die haben keine Macht mehr und nur noch so marodierende Banden. Wie unterscheiden sich denn jetzt dann Römer noch von Hunden? Gar nicht mehr. Ja, toll. Ägypten erhebt sich gegen mich, natürlich. Unser tapfer Kommandant ist gefallen. Berenice wurde ausgeraubt. So, wer war der tapfer Kommandant? Naja, klar, war einer meiner drei Männer, die in meiner Familie noch leben. Jetzt habe ich noch zwei. Nun ja. Gut. Gut zu wissen. War ja nur ein wichtiger Typ. Naja, so. Schön. Ja, das tut mir leid. Ja, naja, kann man nichts machen. So, Berenice können sie sich dann auch zurückholen. Sollen sie doch machen, die blöden Wichser. So, was machen wir denn dann als nächstes? Also, wir wollten da oben irgendwie die Stadt angreifen, aber ich werde jetzt erstmal hier versuchen, den Agenten zu manipulieren. Das ist aber ein Stufe 10 Agent, da werde ich mit meinem Stufe 1 Agenten sicherlich keinen Erfolg haben. Unser Agent hat seine Mission mit großer Saugfalt und Treue erfüllt. What the fuck? Okay. Hast du Martin getötet? Nee, äh, getäuscht. Achso. Aber immerhin. Also. Ja. Wow. Äh, nicht schlecht. Okay. Cool. Ähm, ermöglicht infiltrieren, Armee fehlleiten. Das ist, glaube ich, recht wichtig. So, ist gleich Level 2 dann der Agent. Also, das ist ja nichts Schlechtes. Okay, so, dann probieren wir jetzt mal gleich noch eine Armee zu verlieren hier. Ja. Und greifen mal die Stadt an. Das kann ich. Ich kann die Stadt nicht angreifen. Das Schiff kann sich nicht dorthin bewegen, sagt er mir. Also, wenn ich auf die Stadt glücke. Weiß ich nicht. Ist halt so. Ist halt ein Fakt, den ich dir nenne. Ich weiß es nicht, was da los ist. Hat das eine Stellung? Stellung Wache. Achso. Warum? Warum macht er das immer? Okay. Blockade will ich nicht. Automatischer Angriff. Aggressiv. Machen wir sie kaputt. Und tot. Ja. Schön. Äh, besetzen. Yay. So. Besetzen. Reparieren. Hier oben die Stadt. Können wir die nicht... Achso, ihr müsst zuerst, äh, reparieren. Na gut. Ja, das ist ja immer so. Erst reparieren, dann abreißen. So, dann. Wo baue ich eine neue Armee auf? Sinnvollerweise in... In Alexandria. Alexandria? Na, ich weiß nicht, ob ich da... Oder in Aquaba. Das Problem ist halt, dass ich ja nicht überall vernünftige Gebäude habe dafür. Ja, und dann machst du noch in Aquaba. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich welche Militärgebäude hatte. Warte mal. Hier habe ich eine Kamelfarm. Das bringt nichts. Was ist hier? Heerbandzentrum. Das bringt zumindest ein paar Leute verschiedener Art. Was habe ich hier? Ähm. Ich habe nirgendwo so richtig geile Militärgebäude. Da muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen aufrüsten in nächster Zeit. Milizlager. Na gut, dann mache ich das mal in der Provinz hier mit Aquaba. Dann bauen wir da mal... Habe ich da genug Nahrung? Ja, gerade so. So, na gut, dann stelle ich da mal eine neue Armee auf. Streit macht. Oder habe ich in Alexandria doch irgendwas? Alexandria hat... Kann... Nee, Alexandria hat nur gute Fisch... Äh, Fisch... Schiff... Für Spiers auch, wenn es Schiffe sind, aber gut. Ähm. Und ein paar Retonium. Kannst du da was Gutes machen? Nee. Ein paar Retonium. Naja, noch ja gar nicht. Das ist ja alles noch kaputt, aber... Ähm. Stehen da irgendwelche Gebäude? Nee, da stehen Felder und Schafsherden. Das ist ein reines... Dingens... Landwirtschaftsteil. Na gut, dann Ackaba it is. Streitkraft aufstellen. So, furchtloser Krieger. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Felsenfester Verteidiger. Moral bei Verteidiger. Such den Jungen, den du gleich übernehmen kannst. Ja, den 22-Jährigen nehme ich. Armee aufstellen. Vermächtnis wieder einsetzen. Level 3 Vermächtnis wieder einsetzen. Machen wir. Rekrutieren. So, und dann kriegt er Einheiten dazu. Und zwar kriegt er erstmal die fettesten Pferde, die sich eine Armee leisten kann. Vier Stück. Hör mal hin. Das ist dann schon mal wieder eine Fünferarmee in einer Runde. Das ist ja auch schon mal was. Ähm. Gut. Ressourcenproduktion. Verarmung. Sollte doch jetzt nicht mehr so schlecht sein. Ah, jetzt kann ich hier wieder ausbauen. So. Gut. Dann behalte ich mal ein bisschen Geld übrig. Meine Schiffs... Ich wollte gerade sagen, meine Schiffsarmee. Das heißt dann Flotte, Dennis. Schlau. Schlau, schlau. Äh. Die können wir hier noch ein bisschen aufleveln. Die hat natürlich jetzt durch die Eroberung ein bisschen was gewonnen. So, was kriegen wir hier? Feindliche Moral verringern. Baukosten. Integrität. Das ist immer gut. Äh. Moral gegen östliche Imperien. Nö. Nö. Diplomatie. Geringer Bonus. Moral gegen Römer. Öffentliche Ordnung. Plus 5. Das ist doch gut. Okay. Dann ist nämlich nur noch Minus 52 in Paritonien. Ja gut, egal. Ihr könnt noch einen Provinzstadtteil einsetzen. Ja, das mache ich dann irgendwann anders. Irgendwann halt. Eine Tochter. Yay. Ein Wunder ist geschehen. Du hast mal ein Kind gekriegt. Zum 10 Milliarden Mal. Naja, so oft hättest du ihn auch wieder nicht. 10 Milliarden. Ich habe gerade mal sieben Kinder. Was hast du? 70 oder so. Ja, ich gebe zu. Ich habe schon 1, 2 mehr als 2. Ja, du hast es ganz schön bunt getrieben in deiner Jugend, mein Freund. Ja. Man glaubt es nicht. So, nächste Runde gehört Griechenland mir. Das fühlt sich schon mal gut an. Denn es fehlt ja noch das schöne Korinth. Korinth, genau. Du bist ja kein Korinthenkacker, sondern ein Korinthner Oberer. Ich schwimme schon mal zur nächsten Stadt, die du gleich bestimmt als nächstes einnehmen möchtest. Na sicher. Ich lösche jetzt mal bei Alexandria die Armee aus, bevor sie zu groß wird, ne? Ja, ja. Mach die mal weg. Ich habe ja keine Armee mehr, mit denen ich sowas machen könnte. Also mach du mal. Sie brauchen ja mindestens zwei Runden, um bis nach Alexandria zu kommen. Ja. Oder zwei Runden, um bis nach Aqaba zu kommen. Das passt vermutlich eher. Ja, aber da habe ich ja eine riesige 5-Mann-Armee stehen, die das verteidigen kann. Da steht ja noch eine 20er drin, oder? In Aqaba. Stimmt. Da habe ich ja noch eine Armee. Da sind beide Armeen futsch. Das ist ja super. Wenn die Stadt besiegt wird. Du siehst das so positiv. Ich sehe das sehr positiv. Ich bin da der König des Positivsehens. Positivismus ist meine Religion. Mhm. Ja. So würde ich das jetzt nicht formulieren, aber gut. So. Kann es sein, dass eine meiner größten Armeen diese blöde Flotte ist, die da steht, die ich für nichts gebrauchen kann, vernünftig. Was ist denn mit der Armee in Safa? Die ist gebunden, ne? Nee, mittlerweile kann ich die da, glaube ich, auch wegstellen. Militärpräsenz plus 12. Ich habe da plus 12. Also so ungefähr kann ich sie wegnehmen eigentlich. Also nächste Runde nehme ich die mal mit und hole die irgendwo rüber nach Afrika. Da sieht die öffentliche Ordnung eigentlich ganz gut aus. Wann kann ich denn hier keine Kamele mehr? Achso, weil ich schon Kamele habe. Oh no. Was ist denn nach Kamelen das Beste für Tierhaltung? Nach Kamelen, es gibt nichts, was auch nur annähernd so geil ist. 30 für Pferde. 30 für Schafe. Daumen hoch für Pferde. Dann die Schafe. Die bringen wenigstens noch ein bisschen Geld. Gucken mal, Religion. Das Problem ist, dass es halt so viele Religionen gibt, dass es nicht viel bringt, sich die Religionskarte anzeigen zu lassen, weil das einfach nur ein wildes Streifenmuster ist, wo man überhaupt nichts sieht. Wo? Diplomatie, Religion? Nee, also strategische Übersichtskarte. Wenn du da oben auf Religion gehst, das ist das fünfte von rechts, dann siehst du halt ein wildes Streifengemustere mit immer den beiden wichtigsten Religionen in dem jeweiligen Gebiet. Es sei denn, ein überwiegt stark. Das Problem ist, dass es halt dadurch so bunt ist, dass man irgendwie, ja keine Ahnung, dass es nicht so besonders übersichtlich ist. Es wäre halt, glaube ich, besser, wenn sie einfach wirklich nur die, einfach in absoluten Zahlen stärkste Religion farblich kennzeichnen. Ja. Und nicht die beiden stärksten dann auch noch so ein Streifenmustern machen. Ja. Aber ich meine, schon mal, Arabian Magna sieht ziemlich gut aus. Ja, gut, die habe ich ja auf 80 Prozent. Und Azoristan und Persis sieht auch sehr gut aus. Und alles andere ist sehr gestreift. Ja. Alles andere ist sehr gestreift. Ja. Bis auf die Wüstengebiete in Nordafrika. Na, guck mal, in der Türkei habe ich den Zoraismus schon ziemlich gut verbreitet, oder? Ja, sehr gut gemacht. Also, wenn ich mir anschaue, in Syria ist es immer noch 9 Prozent nur. Hm. Ja, ja, also meine Religion kann ich schon verbreiten. Okay, ich wollte nicht zu lange ablenken, weil ich muss nur noch 80 Prozent Geld ausgeben. Ich wollte ja hier eigentlich nur gucken, wegen ein bisschen. Beschäftigung für die Zuschauer. So, diese Armee kann jetzt in Mechern einreiten. Mechern. Und dort, genau, dort können wir sie vollständig ausbilden und an die Front schicken. So, was kriegen wir denn? Indische Elefanten. Geil. Rate mal, wie viel die kosten? Äh, 700. Äh, 1200. Ah, ich dachte, sie wären billiger. Mann. Na, dann hoffe ich, dass die was taugen. Ja, ganz ehrlich. 1200. Ja, ich baue, ich baue mal drei davon. Ja. Mal zum Ausprobieren, ne? Man muss ja nicht gleich über die Alpen marschieren damit. Ha, ha, ha. Naja, Alpen komme ich gerade noch nicht hin. So. Ähm, das hat das Geld schon mal ganz gut minimiert. Jetzt schauen wir mal, welche Provinzen sind denn hier noch schlecht dran. Makedonien sieht schlecht aus. Äh, das ist mir bewusst. Nahrung ist genug da. Das wollte ich nicht umbauen. Das baue ich um. Das Badehaus. Ich habe doch hier gerade so ein Cooles. Kann ich doch abreißen. Olivenpresse ist sehr gut. Das macht so, das bringt auch sehr viel Nahrung. Das erklärt das. Und Militärhafen. Ja, dann lohnt sich die Stadt irgendwie nicht so richtig. Naja, was soll's. Und das reißen wir mal auch ab. Und dann haben wir die Provinz erst mal vorangebracht. Ähm, hier ist die öffentliche Ordnung bei Null. Das ist schon mal nur so Mittel. Gut. Da baue ich halt das auf, was das beheben sollte. Ähm. Und irgendwo, da haben wir noch was, wo ich auch was machen wollte. Genau, da ist die Nahrung bei minus zwei. Auch daran arbeite ich. Und wenn die Nahrung wieder in Ordnung ist, dann kann ich ja hier auch schon mal das hier weiter ausbauen. Ja, Verarmung. Achso, nee, das durfte ich nicht. Ach, verdammt. Hab ich nicht irgendwo mal öffentliche Bäder oder sowas gehabt? Ärgerlich. Hab ich nicht. Ich muss mal ein militärisches Bündnis übrigens mit der Äthiopien-Region hier machen, im südlichen Bereich der Karte, mit Axum. Weil wir das brauchen, um zu gewinnen. Das ist eins unserer Ziele, die Region zu haben. Also entweder O-Bahn oder Militärbündnis. Also muss ich mich mal diplomatisch ein bisschen hervortun da unten. Ja. Aber das machst du natürlich nicht. Ja, na, so über die nächste Zeit. Jetzt machen wir mal Runde zu Ende, weil dann ist es 420. Ja, ich bin ja dabei, ganz ruhig. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es bei, wenn es auf 420 springt schon ist, oder wenn wir das Jahr 420 durchhaben. Weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich gehetzt. Oh, 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 schnell. Mein Bier ist auch bald alle. Du hast bald keine Zeit mehr. Ja, ich beeile mich ja schon. Oh Gott. Was baue ich denn hier? Plaza, schneller. Schnell. Bibliothek, Polofeld, Palast. Palast. Achso. Wollte ich, kann ich das überhaupt leisten von der Nahrung her? Ja, und von der öffentlichen Ordnung. Na, ich wollte eigentlich nichts mehr machen, weil die Stadt bald platt ist. 13.000 Geld noch. Das muss ich noch kurz ausgeben und dann sind wir soweit. Schnell, weg damit. Schmeiß es raus. Weder brauche ich nicht. Das kann ich ausbauen. Das ist gut. Das machen wir. Was haben wir hier noch? Schneller. Wie viel habe ich in der Provinz Einnahmen? Überhaupt lohnt sich das? Kasus, Klikien. 1.800 Euro, brauche ich sowieso auch kein Geld mehr steigern. Das ist egal. Edessa. Hier. Das hier bauen wir. Und den Palsabo auch mal nicht mehr. Den bauen wir mal um zum Gerichtssuch. Dann können wir noch was Cooleres draus machen. Und dann haben wir noch 5.000, das klar reicht. Runde beenden. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber... Ach, solange die Runde direkt beendet werden kann, hast du zumindest nicht vergessen, jemanden aufzuleveln. Nee, das habe ich nicht vergessen. Runden. Was machen denn die Hunden so lange? Ich habe Angst. Na gut, die machen schon... Oh, die Oströmer greifen meine Stadt an. Wie? Und auf einmal stehen da 600 Mann in der Stadt? Ich fasse es ja nicht. Wo war denn die Garnison, als ich sie gebraucht habe? Verdammt ein Wichser. Die Chancen mit den 600 Mann gegen die 2.200 sind genauso gut, wie als meine Armee noch da war. Aber zusammen hätte es vielleicht gereicht. Ja, aber zusammen ging ja nicht. Weil die Damen und Herren ja gerade noch beim Nachmittagstee waren. Oder so. In der Garnison. Ja, Berenice wie geworfen hat. So zerronnen. Sagen sie es jetzt nicht niederbrennen. Ey, wehe. Sieht nicht danach aus. Nee, aber sie laufen weg und sie haben sich aufgeteilt. Immer so ein bisschen. Sie laufen halt nach Norden. Aber ist ja okay, da müssen wir nicht so weit laufen, um sie zu töten. Das ist schon okay. Ach, siehste, passiert doch jetzt was. Oh nein. Die Synchro ist echt nicht so geil, ne? Nee, das ist ganz schön albern. Sein Zorn würde die Welt umfassen und er ergötzte sich an ihren Lodern. Die Horde blickte auf Attila und die Welt erbebte. Die, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Schön, Siedlung ausgelaubt. Attila, er liebte den Krieg, zügelt seine Taten dennoch, erteilte guten Rat, zeigte sich Bittstellern gnädig und war gütig zu jenen, die seinem Schutz unterstanden. Nach dem Tod des vorigen Kriegsherrn riss Attila die Macht an sich. Nun führt er die Horden an und deren Armeen wachsen. Sagt das Spiel uns. Aber, das bedeutet ja jetzt noch nicht, dass hier sofort 30.000 Hundenhorden bei uns im Land stehen. Erstmal heißt es ja nur, Attila ist jetzt offiziell der Hundenkönig. Das ist so. Da hat er ja immer noch zu tun, die Leute nach Westen zu schaffen. Die Frage ist halt, wo er startet, ne? Das weiß ich nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Der lange Winter naht. Genau, der Vormarsch von Attila ist ja historisch begleitet gewesen von einem mehrere Jahre andauernden schlechten, also einer kleinen Kaltzeit, einer kleinen Eiszeit. Was ja auch einer der Gründe war, warum die Leute immer nach Westen gezogen sind. Das war ja letztlich auch der Grund für die Völkerwanderung, weil zwischen 400 und 550 war halt 150 Jahre etwas kälter, wodurch die Winter härter waren und so weiter. Deswegen sind die Leute alle weiter nach Süden und Westen gezogen. So viel zum kleinen klimageschichtlichen Abriss. Aber was wir jetzt machen, ist eine kleine Pause und beim nächsten Mal versuchen wir die Oströmer hier endgültig fertig zu machen, damit wir uns dann auf die Hunden konzentrieren können. Ab da. Genau. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.